Mhm, toll. Ja, sag mal einfach mal ja und später, ja, ich sag mal mal, kreuz mal die Finger hinten aus dem Rücken und sag einfach mal ja. Dann ist sie zufrieden. Wow, da hab ich aber ganz viel Schiss. Oh, jetzt hab ich ja echt Schiss, ey. Äh, hallo? Achso. Die Glitch sich da einfach durch und ich, ich, naja. Ich bin halt kein Cheater, kein Glitcher. So, wir sind mal endlich da. Mhm. Hm. Kommt, Schicksalsweber. Bringt mir eure Kraft. Opfert euch selbst. Und besiege es das Schicksal eurer Welt. Gar, gar, gar. Es ist Zeit, über euer Schicksal zu entscheiden. Amethyn liegt dahinter. Und dort wird der Drache den Schleier zerreißen. Tretet näher, Sterbliche. Werdet Zeugen von Thiernochs Geburt. Werdet Zeuge eures eigenen Endes. Mein Schicksal liegt nicht hinter diesen Pforten verborgen. Ihr alleinvermögen zu ändern, was geschehen soll. Feigling. Feigling. Hab ich nicht gesagt, verlass dich auf eine Frau und du bist verlassen. Wenn's ernst wird, dann sind sie nie zur Stätte. Ja, ich, ja, schick mal den Mann vor, der macht das schon. Ja, genau. Alles klar. Und jetzt ist das Spiel übrigens vorbei. Doch, ne? Willkommen zurück, Sterblicher. Ja, ja, ja. Jetzt muss man halt noch mal umhauen. Wenn man an sich, wenn man an diesen Ort zurückkehrt, spürt ihr den Schmerz eures Todes immer noch? Könnt ihr spüren, wie er in der Luft wiederhallt? Und nun sollt ihr hier an diesem Ort Zeugen werden, Zeugen von der Geburt Thirnors, Zeugen der Vernichtung der Alpha und des Anbruchs des ewigen Winters. Dann dürfen wir jetzt irgendwas umhauen, den oder dies, mir egal, ob es doch irgendwas weghauen. Ich sag, er ist tot, ich sag, er ist tot. Ich sag, er ist tot. 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 Es war halt so vorhersehen. Echt. Wie langweilig. So, machen wir es mal das. Ach, da kommen jetzt Eads, okay. Oh. So, ich glaube, ich hau mir erstmal Buff Food rein. Äh, Inventar. Also, das war's. Ne, Konsum, gut, Quatsch. Äh, das, 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 das. Lebensregeneration, meine Regeneration. Kann ich die angreifen? Kann ich die angreifen? Nichts? Hm. Hm. Ja, kann ich die mal anklagen, irgendwie? Hallo? 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 Kann ich das Vieh mal angreifen? Hallo? 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 Wenn ich das so vorkomme, dann kommt immer so ein scheiß Splitter. Dann kann ich auch Irchen wieder nichts machen. Ja, toll! Geht das jetzt eh so weiter, oder? Passiert hier nochmal was? Äh... Und dann kann ich's wieder verwunden, oder? Wie oder was? ... 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 kein Schicksal in Stein gemeißelt. Wir beide sind nur noch am Leben, weil man mir geglaubt hat, dass auf euer Schweigen Verlass sein wird. Ich hoffe, ihr macht keine Lügnerin aus mir. Sollten in den Tavernen Amalours Geschichten über unsere Erlebnisse auftauchen, würde man mich bitten, euch aufzusuchen. Und wir beide wissen, dass euer nächster Tod endgültig sein wird. Doch genug davon. Euer Leben gehört euch. Findet heraus, was das Schicksal für euch bereithält. Oder welches Schicksal ihr anderen bringt. Vielleicht sehen wir uns eines Tages in glücklicheren Zeiten wieder. Bis dahin verbleibe ich. Die Eure. Alün Schier. Ja, durchgespielt. Ja, sieht so aus. Hm. Also wie gesagt, wenn man alle Nebenquests macht, dann hat man über 300 Stunden Spielzeit. Angeblich, aber so wie gesagt wurde, die Nebenquests sind alles so nach dem typischen Prinzip. Gehen halt Dungeon A, gehen halt Dungeon B, gehen halt auf A, töte Spinnen und so weiter und so fort. Ja, aber das Ich, mit denen gehe ich mir ein bisschen sicher, war auch klar. Mächtigster Marke aller Zeiten und so. Ich muss jetzt erstmal kurz was trinken. Ja. Äh, ja. Äh, was wollte ich sagen? Ja. Ja, aber war ganz nettes Spiel. Hm. Ja. Und so weiter und so fort. Hier könnte ihre Werbung stehen. Obwohl, ich bekomme ja gar kein Geld dafür. Moment mal. Ja, das Spiel war total scheiß. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ach, Quatsch, doch. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich weiß gar nicht. Ich wollte einfach sagen, Tschüss und so. Ja. Good fight, good night. Ich weiß auch nicht. Hm. Ja, ich schaue gerade so auf die Uhr. Es ist gerade drei Viertel eins mittags. 11 Uhr habe ich schon zum Winter gegessen. Was habe ich heute eigentlich gegessen? Ach so, Schweinebraten mit Gemüse. Äh, was war es nochmal für Gemüse? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, Gemüse und, ja, Bratkartoffeln. Hm. Was gibt's Mochen zum Essen? Wahrscheinlich Hähnchenschenkel. Puh, mit, mit. Puh, ich weiß gar nicht. Semmelknödel. Hm. Rahmffsoße. So wahrscheinlich. Und noch ein Gemüse. Ja. Und ansonsten, ne? Hoffe ich natürlich, dass halt, äh, Elder Scrolls Online erscheint. Das werde ich hier natürlich auch spielen. Hm. Natürlich als mächtigster Markiare Zeit, ne? Was denn sonst? Äh, ja. Also wie gesagt, hm. Habe ich eigentlich noch irgendwas da machen? Weil sie mal einen guten Monitorständer sucht. Google, äh, schaut mal bei Amazon auch Fellowes. Ich buchstäb' hier erstmal, äh, F-E-L-L-O-W-E-S. Da habe ich mir so ein Monitorständer geholt, der so ein bisschen höher ist. Ja, ist bombenstabil. Ich hau mal drauf, das ist bombenstabil. Bis zu 34 Kilogramm steht in der Produktbeschreibung. Da kann man schon einen richtig fetten Fernseher draufstellen, wenn man will. Ja, so. Monitorständer, Fellowes. Hm. Ansonsten, ne? Ja. Hm. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Elder Scrolls Online, hoffentlich kommt es bald. Hoffentlich, hoffentlich. Vielleicht ist es ja schon da, bevor das Video erscheint. Bevor ihr das Video seht. Das könnte auch sein, aber... Naja, ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Und falls doch, wäre es natürlich auch schön. Wie gesagt, sobald Elder Scrolls Online erscheint, würde ich das hier spielen. Ja. Und ansonsten, ja. Schau ich nochmal kurz ins Hauptmenü. Neue Schicksalsanwendung erhalten. Wozu? Ich habe es auch durchgespielt. Ist doch jetzt Schluss. Du hast hier noch bezogen und den Kristallkrieg beendet. Der Tragweil dieser Ereignisse wird ewig in der Geschichte. Aber nur zu wieder allen. Dank dir ist die Welt frei von den Fesseln des gnadenlosen Schicksals. Bloß vom Schaden, bloß vom Schaden, bloß vom Schadenwassistenz, bloß 10 Mana, bloß zu jedem Leben. Also Prozent. Äh. 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 Aber am I? Oder dass wir nachher? Hm. Da kann ich eigentlich mal ein paar Heidränke reinwerfen. Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Oh, da kann ich mal aussehen ändern. Ja, egal. Was mache ich hier? Äh, dass Elder Scrolls Online noch nicht erschienen ist, dass die Ouya noch nicht erschien ist. Wobei, wobei, die Ouya, die könnte schon erschienen sein, bis ihr das Video seht, weil die sollte auch eigentlich in ein oder zwei Monaten erscheinen. Ja, ich habe mir eine Ouya bestellt. Ja, die Rezession dazu war nicht so toll, aber ich sage 119 Euro. Ich bin eh so nett, so ein Konsolen-Fan. Ja, mal so zum Austesten, ja, kann man es mal machen. Eine Ouya, also bei mir ist es mal eine Ouya. Ich hatte natürlich alles unter Kontrolle. Dann hatte ich nie auch nur den geringsten Zweifel. Güdan und ich haben auf euch gewartet, als plötzlich der Boden zu beben begann und die Tuata angefangen haben zu schreien. Und alles, was mir in den Sinn kam, war, Godflow hat gerade seinen Meister gefunden. Und tatsächlich hat die Hälfte dieser rotäugigen Bastarde... Was, nur die Hälfte? Und kurz danach ist Alin Shia aufgetaucht, mit euch über der Schulter. Sie hat mir gesagt, ich soll auf euch aufpassen und sicherstellen, dass ihr in Ordnung seid. Sie hat eine Art Notiz für euch hinterlassen, aber ich bin nicht so dumm, dass ich eine persönliche Nachricht von jemandem wie ihr lesen würde. Ich habe es geschafft, natürlich, das stand doch außer Frage. Ja, das habt ihr. Ihr hattet zwar eine Armee im Rücken, aber letztlich wart ihr derjenige, der Godflow besiegt hat. Es gibt da allerdings etwas, das ihr wissen solltet. Eine Menge Soldaten haben mich nach dem Ende der Kämpfe um eine Deutung gebeten. Aber so sehr ich mich auch bemühe. Ich kann niemandes Schicksal vorhersehen. Oh mein Gott. Oh, das darf ich dir gar nicht sagen. Wir dürfen über das Fia gar nichts erzählen. Okay. Gut, ja, vielleicht. Die Freiheit ist ein Segen und ein Fluch. Wenn das Schicksal wirklich keine Macht mehr über uns hat, wird nur die Zukunft zeigen, ob das nun gut oder schlecht ist. Doch was auch geschehen mag, Amalur und seine Bewohner existieren nur noch dank euch. Und wohin euch euer Weg auch führen mag, vergesst eines niemals. Es sind die Taten, die jemanden ausmachen. Wer ihr seid, liegt bei euch. Bei euch allein. Und nun geht's, mein Freund. Genießt diese Welt in all ihrer Pracht. Ihr habt es euch verdient. Schön, dass ihr wieder auf den Beinen seid und eure Quartiere verlassen könnt. Dies hier ist die untere Halle des Orwokant. Der Rat erweist euch diese seltene Ehre angesichts all dessen, was ihr für uns getan habt. Für alle Alpha. Er hat mir außerdem gestattet, euch Zugang zur Rüstkammer des Rates zu gewähren. Falls ihr einen Blick darauf werfen möchtet. Oh, cool. Epyx. Ich hoffe, euer Aufenthalt war erfrischend. Wo ist die Rüstkammer? Wo? Wo? Okay, das ist nur ein Balkon. Das war eine Rüstkammer. Also, wenn da jetzt noch viele Waffen drin sind. Das muss ich mir nochmal angucken. Wo ist die Rüstkammer? Wo ist die Rüstkammer? Ja? Achso, der ist wahrscheinlich die Rüstkammer. Die Rüstkammer des Rates steht euch offen. Ja, achso, kriege ich ein Geld. Ja. Aber der hat nichts für Mark, ja? Nö. Hm. Septa. Oh, arktische Chakrams. 171 Schaden. Puhuhuhu. Ah. Her damit. Huhuhu. So, gleich mal anlegen. Ja, dann kann man ja gleich... Schön, euch wohl aufzusehen. Äh, dann können wir ja gleich mal den alten Scheiß alles verkaufen. Lyria leite und beschütze euch. Ich traue meinen Augen nicht. Ja, ist mir doch egal. Wo sind wir hier eigentlich? Hm. Gerade hier. So. Äh, Hubel, Hubel. Wo bist du's, wollte ich? Platz mache ich. Es ist ein Albtraum. Meine Herren, Lady Koryana. Sie isst nicht und sie schläft nicht. Alles wegen ihres armen, kranken Malion. Leid hat das Haus Anwon befallen. Die Heiler sagen, sein Blut sei krank. Meine Herren schwört, er wäre vergiftet worden. Er schläft und schläft und wird nicht gesund. Hm. Nun, es ist schwer zu sagen. Die Heiler taugen nichts. Ihr könntet selbst zu ihr gehen. Sie fragen. Das kann nicht schaden. Ihr findet meine Herren im Haus. Vermutlich an der Seite des armen Malion. Helft meiner Herren, wenn ihr könnt. Tja, aber ich würde sagen, wir machen hier Schluss mit dem Let's Play. Ja, hm. Hauptstow ist durchgespielt. Das könnte man natürlich noch ein paar Nebenkriegs machen, aber könnte man, muss man natürlich nicht. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe die Welt gerettet. Das reicht doch irgendwie. Oder wie, da war's okay. Dann danke fürs Zuschauen und tschüss, goodbye, adios, adios, blablabla, und tschüss.